Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Lucky Luck. Wow, toller Kampf. Ihr zwei wollt es aber echt wissen. Danke, Sana. Mir ist mitten im Kampf aufgefallen, dass du auf einmal zusiehst. Ja, mir nicht. Wo ist eigentlich Tiano? Der ist beim Kampf-Dojo. Echt beim Kampf-Dojo? Tut mir leid, Leute. Ich war so in meinen Kampftanz-Performance vertieft, dass ich total die Zeit vergessen habe. Und Tiano, hast du geeignete Pokémon für dein Tanz-Team gefunden? Ja, das habe ich. Das Tanz-Team meiner Träume nimmt mehr und mehr Form an. Super, das freut mich für dich. Ach ja, hört mal alle her. Ich möchte unbedingt zu diesem gruseligen Haus gehen. Das ist in der Nähe von Romantia City? Du meinst wegen dieser Gerüchte? Genau, kommt schon. Gehen wir los und sehen nach, was an den Gerüchten dran ist. Also, ich muss sagen... Ich muss passen. Mehr als Gerüchte sind das doch wohl sowieso nicht, oder? Ich wollte mir eh noch Zeit für meine Pokémon nehmen, bevor ich Romantia City ansteuere. Äh, okay. Bis dann. Okay, ich bin nicht die Einzige, die das sehr unhöflich fand von Kalem. So. Und dieses Haus soll wirklich so gruselig sein, ja? Also, ich sehe mir das auf jeden Fall an, Tierno. An den meisten Gerüchten ist schließlich auch ein Fünk hier in Wahrheit dran. Ach ja. Was unternimmst du eigentlich... Äh, warum unternimmst du eigentlich diese Reise, Miri? Was ist deine Motivation? Alles hängen... Alle hängen sich rein und haben eine Menge Spaß auf ihrer Reise. Bei mir dreht es sich aber alles um Erinnerung. Ich reise, damit ich später einmal auf viele tolle Erlebnisse zurückblicken kann. Naja, aber das nur am Rande. Tschüss. Es regnet. Es regnet auf meinen Kopf. Jemand hätte meine Pokémon heilen können von mir aus. Aber nein. Nein. Natürlich nicht. Jetzt muss ich zurück. Da ist ein Pokémon Center. Auch das ist aber praktisch. Direkt vor meiner Nase ein Pokémon Center. So, ich dachte schon, da steht Mr. Miteinander. Aber nein. Nein, nein. Natürlich nicht. Ich habe mich nur verguckt. So. Vielen Dank. Ja, ich komme bestimmt bald wieder. Auf Wiedersehen. Ich bin schon gespannt, was in diesem gruseligen Haus sein wird. Ich glaube nichts. Ich meine gruseliger als der Geist in der letzten Folge kann es nicht mehr werden eigentlich. Vor allem regnet es hier. Regnet es hier eigentlich immer. Habe ich genug Pokébälle dabei? Wartet eine Sekunde. Das ist wichtig. Wo sind Pokébälle? Was war das? Oh, stimmt. Ich habe ja Flottbälle. Die müssen wir definitiv einsetzen. Überball 15. Ja, ich denke, das sollte reichen. Vor allem, wenn ich einen Flottball habe. So. Route 14. Unser roten Pokémon. Wir haben schon ewig nichts mehr ausgelost an Pokémon. Wird mal wieder Zeit, würde ich sagen. Und es ist ein Ultrigar. Ja, okay. Toll. Ah, das will ich nicht behalten, nur so. Wobei, Pflanzen-Pokémon im Team wären nicht schlecht, ne? Das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte einen Flottball, Flottball hier. Vielleicht bleibt es ja direkt drin. Sei ein braver, Sultrigarier. Und bleib im Ball. Ja. Gibt es ja nicht. Okay. Das ist drin geblieben. Na, das ist doch nett. Elisabeth hat sogar ein Level-Up dafür bekommen. Okay. Ähm. Was ist in seinem Pokédex-Eintrag? Dieses Pokémon lämpt die Gegner mit Giftpuder, bevor es ihn mit Säure erledigt. Ein... Tolles Pokémon. Okay. Jetzt bräuchte ich nur noch was, um das eintippen zu können. Wie ein Stift oder so. So, okay. Ich hab das Gefühl, wir hatten schon ewig keinen Roten-Pokémon mehr. Aber ich habe jetzt auch sehr lange für die Arena gebraucht, für die letzte. Okay. Leute. Wir losen aus, was passiert, würde ich sagen. Würde ich sagen. Wenn ich den Zufallsgenerator irgendwo offen hätte, ja, habe ich. So. Ich habe Angst. Gut. Leute. Drei. Zwei. Eins. Die vier. Die vier ist Zuschauertausch. Oh, krass. Haben wir das endlich? Unfassbar. Ich weiß nicht, ob gerade jemand online ist von euch. Wir können mal direkt gucken, wie es ist. Ich nehme jetzt kurz vor vier auf. Also nachmittags, nicht morgens. Aber das sollte klar sein. Vielleicht ist ja tatsächlich jemand zufälligerweise online. Vielleicht. Vielleicht. Schauen wir mal. Ich habe gar keine Freunde da oben drin. Hier. Müssten da nicht die Leute drinstehen, mit denen ich befreundet bin? Bei. Bei meinem 3DS. In meinem 3DS. Was auch immer. Ist gar keiner online? Ist das fies von euch? Fies. Wie funktioniert das? Das muss doch hier dann direkt drin sein, oder nicht? Eigentlich schon. Glaube ich. Traurig. Ist keine online. Müssen wir mal gucken. Hi, ich bin Miri. Ach, zieh mal einer an. Ein Trainer. Eine Herausforderung von Pokémon Ranger Elsa. Okay. Nur, falls es euch interessiert. Ich bin meistens so... Weiß ich nicht. Ich nehme meistens so gegen... Weiß ich nicht. Vielleicht so 3, 4 Uhr. Aber 2, 3, 4... In dem Zeitraum nehme ich meistens auf. Ganz selten mal abends. Aber meistens... Meistens schon in dem Zeitraum. Also, falls ihr Lust habt, äh... Dass ihr zufällig gleichzeitig mit mir online seid. Ist das ungefähr die Zeit. Horta ist nicht gut. Ich mache ihm vor allem quasi gar keinen Schaden, habe ich das Gefühl. Das ist auch nicht gut. Das hat noch ein bisschen mehr Schaden gemacht. Warum kann das eine Eisattacke? Das war... Was war das für eine Attacke? Ich habe es nicht gesehen. Donnerblitz. Yay! Auf Wiedersehen, Arbok. Oh, danke. Passant. Für das toll. Das ist sehr nett von dir. Pyroleo. 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 Ich denke, wir wechseln mal lieber. Ich hoffe, das kann keine Dampfwals oder so, das Pyroleo. Ich traue es ihm ja zu. Das wäre aber gemein. Oh, es ist ein weibliches. Ich finde ja persönlich die männlichen Pyroleo irgendwie cooler. Wegen der Mähne. So ein bisschen. Wiederhall. Und... Oh, wow. Das war nicht schlecht dafür, dass es nur Wiederhall war. Wobei Pyroleo natürlich auch einen Step kriegt auf seine normalen Attacken, ne? Weil es ja auch normal ist. Feuerzahn sollte quasi gar keinen Schaden machen, weil es im Regen ist. Aber mein blödes Pokémon wird natürlich verbrannt. Natürlich. Was auch sonst. Tschüss. Unfähig. Ja. Augen auf heißt die Devise. Man weiß nie, was man sonst verpasst. Ja zum Beispiel mal ein verbranntes Pokémon. Ich glaube aber, ich habe einen Hyperheiler gekauft. Vielleicht habe ich sogar was gegen Verbrennung direkt. Ähm... Sieht nicht so aus. Ne. Na gut. Hyperheiler. Bitteschön. Ich weiß nicht, ob es den Supertrank lohnt. Ich habe nicht so das Gefühl. Ha. Na gut. Oh, der Sohn. Wie komme ich denn an das Item? Oh. Wildes Pokémon. Was gibt es hier? Mordord und so? Okay. Wie auf Kommando kam da ein Mordord. Sehr gut. Es fängt an zu regnen. Es hat schon die ganze Zeit geregnet. Spiel. Lüg mich nicht an. Lüg mich nicht an. Miri. Miri. Nicht... Lüg mich nicht an. Oh nein. Ah, okay. Nein. Nicht schon wieder. Ha. Vielleicht sollte ich einen Schutz einsetzen. Schon wieder, Mordord. Mordord. Nein. Nein, danke. Was auch immer du mir verkaufen willst. Ich möchte es nicht. Auf Wiedersehen. Tschüss. Was mache ich? Ich mache, glaube ich, einen Schutz. Ich habe, glaube ich, keine Lust, hier die ganze Zeit festzustecken. Und wo ist Schutz? Hier nicht. Hier absolut nicht. Was habe ich hier denn? Verlängert den Sandsturm. Nee. Verstärkt sehr effektive Attacken. Okay. Ich glaube, ich habe sonst nichts Gutes. Hier ist ein Superschutz. Okay. Eimer eingesetzt. Sehr schön. Damit wir hier ein bisschen vorankommen, würde ich sagen. Da ist ein Trainer. Miri. Ich kam an der Wurzel nicht vorbei. Hilfe. Das Leben besteht nur aus peinlichen Situationen. Um das nicht zu vergessen, brauche ich die prüfenden Blicke anderer Trainer wie dir. Aha. Aha. Oh, süß. Sehr süß. Ein Viscora. Ich mag Viscora. Viscora ist ein cooles Pokémon. Also zumindest seine Entwicklung. Viscogon ist cool. Viscora vielleicht nicht ganz so. Äh, ouch. Aha. Viscora. Fies. Oh nein. Bist du jetzt langsamer? Lebenbrühe. Machen wir mal Parabol-Ladung. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht eingesetzt. Das heilt mich ja soweit ich weiß, ne? Oh, ja. Sehr schön. Ist quasi wie Megasauger oder Gigasauger oder so. Aber so richtig viel Schaden hat es nicht gemacht. Aber das liegt auch daran, dass das Ding all meine Attacken resistet. Fies. Fies. Oh, Level up. Ja, Quentin, ne? Dein Talent weckt neue Kräfte in mir. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir sehr viel Mühe. Äh, da hinten ist ein Item. Ich denke aber, ich sollte erst mal Pokémon heilen gehen. Äh, wo? Wo sind meine Heil-Items? Ich glaube aber, das braucht nur einen Supertrank. Ja. Genau um 50 Punkte. Sehr schön. Sehr schön. Du siehst aus wie das Geistermädchen. In einem früheren Leben habe ich vorausgesehen, dass wir uns hier und heute begegnen werden. Ah. Ja, ich auch. Denke ich. Carrie. Carrie. Nein. Wie Carrie aus Carrie. Nein. Nein. Okay. Witzig. Ah, Lichtl. Das Schöne ist, mit Feuerattacken kannst du mir hier momentan nichts, weil es regnet. Initiative wurde gesenkt. Und es senkt einen Setzflug, äh, Funkenflug ein. Nochmal Dampfwalze. Carrie, nein. Warum tust du das? Bespritzt mich nicht mit Schweineblut. Ach, Schwebe. Natürlich hat es Schwebe. Ach. Tschüss. Du bist ganz schön nervig, Alpoldo. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Auf Wiedersehen. Ich hoffe, das war dir eine Lehre, nicht mehr nervig zu sein. Wir zwei sollten nicht leveln. Ihr seid sowieso schon überlevelt. Nein, 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 nein. Wir machen keinen Fruchtler. Ja, nee. Ich habe keine Lust auf Fruchtler. Ganz sicher nicht. Wir bleiben drin. Hi, Lichtl. Äh, Donnerblitz. Tschüss, Lichtl. Tu mir leid, Carrie, dass ich deine Pokémon besiegt habe. Ilyzard, level 84. Was habe ich denn los? Äh, Hagelsturm. Nee, ich denke, das brauchen wir hier beim normalen Durchspielen auch nicht unbedingt. Was? Ich habe verloren? Wurde etwa das Kausalitätsprinzip umgeschrieben? Ja, genau. Ich denke auch. Oder auch nicht. Was ist denn los in diesem Sumpf? Hi. Ich bin Miri. Willst du kämpfen? Wenn man mit der Natur eins wird, versteht man auch die Gefühle der Pokémon. Okay. Wenn du da sagst. Pokémon Ranger Romeo. Auch gut. Ilyzard. Äh, du kriegst, äh, einen Donnerblitz. Wobei, Parabol-Leitung wäre sicher aufgegangen. Oh, gewonnen, Hitte. Sehr schön. Sehr schön. Das gefällt mir. Das können wir öfter machen. Äh, Schaffachs. Da wechseln wir dann doch lieber, würde ich sagen. Nee, wir wechseln hier rauf. Oh, das entwickelt sich ja jetzt gar nicht, weil es noch Tag ist. Das ist aber blöd. Warum entwickelst du dich nur nachts? Hä? Hä? Was soll denn das? Voll gemein von dir. Aurora-Strahl. Drachentanz. Oh, das boostet sich. Das sollten wir. Das sollten wir, wenn möglich, schnell erledigen. Ich hoffe, das kannst du nachvollziehen. Nein. Tja, das Dumme ist, ich weiß nicht so ganz, was es jetzt einsetzt. Deswegen wechsle ich lieber. Nicht, dass da was Gemeines kommt, ehrlich gesagt. Weil es doch so empfindlich ist, das arme, kleine Eis-Gestein-Pokémon. Es hält so wenig aus, habe ich das Gefühl. Ähm, wir machen einmal Wasserdüse. Tschüss, Schaffachs. Oh, das war sogar ein Crit. Das hätten wir nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Und geheilt. Ich bin auch schon fast wieder voll. Ein Krakelo. Ähm. Ich würde einfach drin bleiben, denke ich mal. Hallo, Krakelo. Ich bin Miri. Das ist Azumarill. Wir werden dich jetzt besiegen. Tschüss. Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Auf Wiedersehen. Die Lezard. Der hat auch noch eine Menge aufzuholen. Wie stark du bist. Kannst du am Gesicht eines Pokémon ablesen, was es gerade denkt? Ja. Mhm. Natürlich. So, Leute. Wisst ihr was? Ich würde aber sagen, hier mitten im Sumpf beenden wir die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne morgen zur nächsten wieder einschalten. Denkt dran, falls ihr es noch nicht habt, mir euren Freundescode in die Kommentare zu schreiben. Und bei der Gelegenheit auch gleich meinen, bei euch im 3DS zu registrieren. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Und online zu sein in XY oder Oras, falls ich noch ein Pokémon tauschen will. Na, eins muss ich ja jetzt noch tauschen. Vielleicht klappt das ja morgen. Bis dahin. Macht es gut. Und tschüss. Tschüss. t